Von der uns ist der letzte Sintag an der 2020, dass es sehr kalt gewesen ist, es ist ein hostiges, das Jahr war es vorbei gewesen, ich weiß nicht, wie das geht. Aber dazu ist es auch gefallen, wir haben viele Dinge erlebt, die wir vorher kennengelernt haben, dass uns gesagt wird, wenn wir gehen können und nicht gehen können, und wir haben nicht alle gesehen, dass Menschen an einer Krankheit so viel sterben konnten, als wir haben. Einer oder andere hat vielleicht sogar einen Familienmember verloren, er hat gesehen, wo ein Freund erst war, an dieser Krankheit. Viele verschiedene Dinge haben wir gesehen. Und einige von uns, die sind, weil du hier warst, dass sie gewundert haben. Oder es sind vielleicht Menschen, die haben uns, dass wir in der Leben in Angst, für das, was passieren wird. Und vielleicht auch einige, die würden sagen, dass wir kein Reich, dass wir Angst können sein, dass wir es nicht tun können, oder wir können tun können, oder whatever, dass wir nicht in der Regierung, um Angst zu sein. Und das sind Dinge, die wir auch alle bloß durchloten würden sehen. Ich will da nicht viel was für das sagen. Aber weil wir Gott danken für seine Leid zu uns, und dass wir zwischen dem Haus Gott danken können, und dass wir ihm anbeten können, und ihm aus uns her haben. Und weil wir bereit sind, wo wir immer wir können, um andere zu sehen, mit dem wir immer von der Weg, wir von der Osten Dage können tun. Weil das auch anders ist, als wir gewarnt sind. Ich weiß, als ich jung bin, dann wird es immer lang, aber ein Jahr ran wir. Und von der Osten Dage fällt sich das anders. Und das jüngste Junge, der hat mit dem Luther der Osten Dage gesagt, der, 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 der. Und er hat es, jung und ankämpft, das auch so viel. So, den haben wir auch, weil wir die Change von dauernd auch abwassen. Wenn wir drücken, dann, was ist passiert in den letzten Jahren. Da haben wir geschtlich gewonnen, haben wir Dinge erfahren in unserem geschtlichen Leben, dass wir würden sagen, wir sind von denen stärker, als wir in den Jahren drehen wären. Was haben wir uns getan, wenn wir so viele verschiedene Dinge sind, was wir erlebt haben? Sonst haben wir uns große Sehnungen erlebt. Sonst haben wir uns vielleicht schwere Versäckungen erlebt. Sonst haben wir uns vielleicht nicht stärker in Versäckungen zu bestimmen, als wir in den Jahren drehen wären. Ich komme mir doch besser mit dem Verständnis aus dem Jahr drehen. Ich muss Gott das nicht tun lassen, aber Sonst haben wir uns vielleicht einmal sagen, Nein, ich bin bloß fertig gefahren in diesem Jahr. Oder ich bin bloß wieder wachgekommen von Gott, denn wo ich war. Ich muss dort nicht der Fall sein. Aber wir haben alle Dinge erlebt in dem letzten Jahr, wo wir nicht wissen, was wir bekommen haben. Und wir haben uns das Freude gemerkt, das war erst das Nächste. Und wir haben das Gebet gesehen, dass wir nur an Gott gebraucht wurden, weil wir die Freude haben. Gott sind die Genut steht noch. Wir können immer weiter trainieren Gott gehen und sagen, hier sind wir, ich ist in die Karte gekommen. Ich habe gefehlt. Ich will nicht, das ist das Leben. Ich brauche Hilfe. Meine Tagesordnung, für diese Message, ist, Vergebung bringt Heilung. Vergebung bringt Heilung. Wenn wir durch die Schrift kicken, zu was Jesus auf die Erde gekommen ist, wir haben uns Messages angehört von Jesus' Geburt, von der heutigen Ede-Zeit. Wir haben alle auch mal eine Message gehört, dass Jesus das Wort wahrer kommt. Und wir freuen uns total. Und wir sind, in einer Sicht, dann sind wir so, wir lüren nur, dass er soll kommen, uns hier wachholen. Und in einer Sicht, dann sagen wir auch so, ich will gleich noch mehr für den Herrn zu tun, er soll noch ein bisschen länger warten. Aber wenn wir Vergebung gekriegen haben, dann sind wir geloten, wo immer die Sache wird sein. Wir können uns da zufrieden, dass diese Tüte wird einkommen, dann wird das anders sein. Wenn wir kicken dann, in Römerfeuer, Vers 7, sagst du, es steht, seilig sind die, denen ihre eurer reichten Sachen verjewst sind, in denen ihre Sünden bedeutend sind. Gelächig sind die, die die Vergebung gekriegen haben. Wenn wir die Vergebung gekriegen haben, dann können wir geloten sein. Dann können wir Dinge losloten. Dann brauchen wir uns nicht mit Randdrehungen und Schworen, wo wir alle wollen, wie weit wir haben, in der Pfosten steht, wo wir können sehen, wo wir können handeln, wo wir uns können mit Gott unterholen und wir können singen, wo wir zu uns reden. Wenn wir wieder kicken, dann im Psalm 32, da sagt er, gesehen sind die Menschen, denen er vergonen verjewst ist, und denen ihre Sünden bedeutend sind. Hier sagt er, dass die Sünden bedeutend sind. Und was können die Sünden bedeuten? Was hast du, was Sünden bedeuten kann? Dass es Jesus sind blöd. Du hast es noch, was Sünden weichnehmen kann, als Jesus sind blöd. Er kam auf dieses Jahr, wir haben dort, als diese Däu war, vier und vier, wo er auf dieses Jahr kam. Er kam als ein kleines Kind, er kam als ein Mensch, und er war hier ab als ein Mensch, um uns der Radung zu bringen. Er lebt dort, was er in der Däufe gelebt hat. Und das sagt er, die Menschen, die vergonen verjewst sind, die sind gesehen. Und wenn wir kicken, dann sind sie gesehen, die Leute, die meisten von uns. Ich weiß nicht, wer du bist, der von dir anhörig ist, aber wenn wir Gott in seiner Leib, wenn wir Gott in seiner Leib unerkennung geben und verarmt leben, dann sind unsere Sünden verjewed. Wenn wir bekannt, dann sind unsere Sünden verjewed. Und dann sind wir die, die du in gesehen das Leben leben kannst. Der zweite Vers sagt, gesehen sind die Menschen, denen die Haare, die Schuld nicht anregend und die in Ehren ganz abrächtig sind. Wir hören hier zwei Vierer in diesem Fall, vielleicht ein Meier, aber wo ich an denken darf, das sagt, dem der Haare die Schuld nicht anregend. So wo würde die nicht anregnen, wenn die Schuld ist? Weil die letzte Worte in der Fall sagt, dass sie ganz abrächtig sind. Du hast nicht Schuld anregnen. Das, wo wir die Haare nicht anregnen, wenn sie sind abrächtig. Sie sind gesehen. Und die sind von der und von der die 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 gesehen leben und wir können uns freien von dort, dass Jesus abrächtig gekommen ist, wie weit in Herzen nicht bloß aus der Kind gekommen, er ist aus der Radar gekommen, der uns abnehmen soll, so wie wir. Wir dürfen nicht erst fehlen, den anderen, dass er uns will annehmen, dass wir schmack genug werden, krack genug werden, dann wird er uns annehmen. Er nimmt uns so wie wir und er reinigt uns, nur ich die Haare einfach nicht. Er merkt uns rein, er formt uns, dass wir in seinen Reck nehmen, dass wir können ein Segen sein, in seinen Reck und nicht bloß für hier, auch für ihre Ewigkeit. Der dritte Verscham Psalm 2 und dort, ich sage, als ich meine Sint stell holen will, stehen ich den Dach der Unjahr, dort ich schie Amtscheim. Ich glaube, von dem, dass wir Jesus kennen, wie Tritt kicken ins Leben, was wir begehend haben, oder vielleicht sogar von dem noch, dass wir Dinge senden ins Leben, wo wir nicht mit den gleichen von reden, und wir wollen die Stell holen, das sind aber Sünde, die Schulden tun, das sind aber Dinge, die mit Sinn zu tun, das wird uns schwer, wir können nicht Sinn mit Dach in in die Wellen stellen holen, und wir können gelaglich sein, wir können vielleicht eine Zeit lang, aber Gott sagt, dass wir das nicht sehen, Menschen, die krank waren, wollten sie Wellen Dinge stellen holen, sie waren krank, wollten sie etwas sein, das sind Dinge, die viel zu reden, das sind Dinge, die viel zu reden, das sind Dinge, die viel Töte stehen, wo ich erreich gesagt hat, oder ich erreich die Actions gemerkt hat, Vergebung bringt Heilung, wenn wir Vergebung kriegen, das Hauptans, dass wir gelogen werden, wenn wir nicht vergeben können, wir fallen an der Schuld, und das Gewissen, das täglich an Reden, dann fallen wir bedrückt, dann wir schwor, wir können nicht das wieder, Menschen, die waren krank, will sich verschuldigt nicht zu kriegen, davon zu reden. Menschen, die sich verschuldigen, und so schlug geht, und sie gieren, wurden nicht, wo es passiert sein, und so leid, dass es passiert ist, weil sie fangen an, in der Städte gehen, zu einer Person, davon reden, und mit es geht, sie fangen sich selbst an, zu beschuldigen, blieben, von einer Zeit oder andere Zeit, und wird der Körper verbrückt, die kann nicht mehr erreichen, wie es angeholt ist, falls sich alle bedrängt, sie kommen in Depressionen, verlieren, er selbst wird, beschuldigen sich, und wird Angst, dass sie nicht, verangst, sich nicht, rot weiten, beständig in Angst leben, und all das kann mitkommen, wenn sie vertrauen nicht, ein Mensch, dort mit er sie haben Angst, was wird es sein, wenn ich dort mit er ist, was der Teufel will, weil er uns versichert in Gründe bringen, weil er uns versichert in Krankheit werden, dass wir nicht glücklich für den Leben, beständig Angst haben, dass er den körper schulden, der blieft angeholt, der kann sich nicht freben, der merkt die Menschen verdrisslich, der merkt schlublos, und was alles kommt mit sich bringen, wenn wir nicht losluten, was andere uns getan oder was wir selbst getan haben, jeden Gott oder anderen Menschen. Wenn wir viel verdrisslich sind, dann sollen wir uns vielleicht freuen, dass irgendetwas was für ihr sind, dass irgendetwas wird schuldig, dass es verdrisslich leben oder so viel verdrisslich sind. Da kann auch sein, dass wir uns nicht selbst kontrollen können, die Dinge sollen geklärt werden und wir in Angst sind und uns nicht wehlen und beständig in dieser Angst sein. Es kann sein, dass wir uns selbst nicht kontrollen können, dass uns schwierig sein oder wir wollen Dinge wollen aber das nicht reich schaffen. Da kann es kommen, dass vielleicht andere Menschen beschuldigen, wir würden liegen und das würden wollen, aber wir würden beschuldigen und liegen und wir wollen leich sein, dass Dinge es miet geht, dass andere ihre schuld sind. Ich würde die Schuld nicht annehmen, was ich schuld sein, ich würde leichen, dass andere ihre schuld sein. Ich würde anfangen, kontrollen zu sein, wie andere Menschen will. Ich würde leichen, dass ich das Wort reich habe. Ich würde mich in verschiedenen Hinsichten haben, dass es alle schmack loben. Weil Menschen Nerven trübel haben und sehr höhere Prozent von dem Camp der Gewäsen. Gott hat uns sehr wundervoll gemerkt, wenn wir schuld sind, hat uns Gewäsen gegeben, dass uns das sein und wir sollen nur harken. Er schafft uns Gewäsen und wir sollen nur harken wir sollen lesen an stu an ränjen und von das Wut belehren looten und wenn wir nicht da und kon sehen dass viele Dinge beleven an den Narven waren nicht reich hoffen und wir sagen dass ich Narven trübel und immer danach alles mit an kommen wenn es eigentlich harken da wird mein Gewäsen mit sein Gott hat das Gewäsen sei wertvoll gemerkt und wir können uns verlooten aber wenn wir uns gewäsen stamm merken und hart merken dann können alle glückältig werden und wir werden viele Dinge nicht end werden doch das Gewäsen wird uns immer wahrer sein das wird uns angeholt merken auf verschiedenen Wehen wenn wir uns versägen sei hart merken wenn wir Trübel haben mit unseren Nerven oder Angst leben oder verschiedene Hinsichten haben was nicht erreicht schaffen wird bei uns dann kann sein das Blutdruck nicht mehr erreicht schaffen wird einmal ist zu hoch und nächstes Mal ist zu leer und nächstes Mal ist das Kopf und we nicht woran Blutdruck als zu hoch oder zu leer bin Trübel zu mir auch ja viel goes ich fühle mich krank ich fühle mich verbrückt alles fällt sich so in ein ich soll vielleicht einem Doktor fahren fragen was mich schulen das sag über das ein bisschen nur denken da und kam ich dort wo ein Doktor mir ein bisschen schrieben hat gegevt dass er können die Menschen er können 60% von den Menschen nicht dem erzählen geben was er wirklich fehlen hat wenn sie glauben nicht an was er wirklich wäre wenn sie glauben dass er nach von trübeln hat und wir über er gewassen und wenn das gewassen schau von hat Gott meint dass Gott ist uns geht und er leift uns und er will dass wir Dinge ändern tun und dass wir Dinge anfangen anders zu tun dass wir uns abposten und dass wir reich mit uns selbst an gehen und in reiner hell leben leben tun dass wir sind Gott in uns nennen gesagt dass wir sollen verarm reich leben Menschen waren ganz krank wenn sie nicht klar haben in er jetzlich leben sie waren bedrägt und Leben bedrägt in Hand Angst und besonders wenn ich denke an viele verschiedene Dinge dreht sind Menschen Ansache werden viele leben in Angst aber das ist nicht was Gott will dass ich in Angst leben weil ich in sin Wut und in sin Leben dann ruhig sein ich weiß johann 3 ich habe eine Klaus bringen da ich habe vergeten wovon Menschen da werden aber ich beobachte einmal ein der war sehr ruhig der wird der Klaus ziemlich sehr abgerichtet und so froh ist der Klaus immer wieder und denkt er nur andere Person und früch ist er eine Perl haben er war sehr fannig an der Meer war in der Kopf war und vergaß und alles er wiss nicht mehr zu lohen und früch 14 Perl ist der Klaus immer werden ich habe beobachtet und früch ist er mit me zu spazieren und yes er will und dann ging ich und war mit ihm und früch war er war und dann hat er mit er in sein Leben zu haben und als er ist der wird und er gebet hat und er sie hat noch Gott gegeben was am schwor werden dann ab einmal fehlt keine Perlmeier dann wird der Kopf der war mehr Druck wird geladen und kriegt eine andere Klär da wird kein Zweifel dass Dinge verändert werden als wir in der Stoff ging das nicht stehen aber die Dinge geändert werden und von der ersten Dach glaube ich sind viele Menschen die würden gehen und mit was enttreten hat was entweidet worum entweidet und dann würden sie können gesund und glücklich leben und gesehend leben vergebung bringt heilung wenn wir lesen dann im psalm 32 feier sagt dach dach nach dreck mit dine schwore hund meine kroff verschwungen aus in der sommer hat gott sin alive sagt daph die wie ab arm he können nicht mehr nur loten gott sin hund wie so schwore seine kroff verschwungen ganz verspief sagt dann bekann ich meine sin und dann und da kein arach mei teu ich sehe ich will den Herrn meinen vergangen bekann und dann vergifst du mir meine sin schuld dann hab einmal gelohnt das was David sagt er war gelohnt er bekann seine sin schuld wenn ich das mal beobachten dass er so anruhig wie er kommt von der noch so krach sein aus wie ich gebet habe und wie das glauben hat füten können du hast ein Gott der mich lieben hat und dann verwort ich alles getan habe dann ab einmal fehlt nicht meine Perl Jesus ist eine Leih aus Meier aus einer Perl er aus viel Perl man das will nicht sein dass wir nicht krank wurden und an die Körpers nicht Trübel haben nicht sein wir wollten dort an die Körpers die vergehen hier ab dieser year und die waren alt und verbrückt und die starben war dort ist alles durch aber so viel was bloß von ans Gewessen kommt oder wo wir in Angst leben oder angeholt sind und nicht nur hören was Gott sehen was ist Räumen 4 1 sagt will wir durch den Glauben geracht worden sind haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus uns glauben haben uns geracht gemerkt wir glauben dort was Jesus getan hat und wir glauben dort wir nehmen dort an und wir erfreien uns dort und haben Frieden und uns hat was immer ans Licht da merkt uns nicht sei schwer wir geben uns Leben und Gott leiden und leiden wir können ruhig sein das sagt in 2. Vers 3. 5 sagt durch den uns der war abging nur die genut an die wir nicht stehen verhelle wir nicht an diese genut stehen wir nicht an diese genut aber nicht wie durch den glauben sind geracht geworden stehen wir an diese genut und wir freien uns in der Hoffnung Gott seine Herrlichkeit zu sein Drei Denken , Bruder George ist gestern sowas in diese herrliche genut er glaubt nicht weil das Haus er lebt hat aber er glaubt dass Jesus seine genut haben das alle vergeben wurde und er kann in diese genut stehen und du hast frei wir uns Psalm 38 das ist wo David wieder mitteilen das wo ihm das geht wenn wir anfangen zu lesen in vier Versch willst du so veräuert bist sie ganz und krank in wein meine sind hast du nicht geplant an mein Charpa wir weiten das uns ist gelehrt worden was reich ist und was reich ist unsere älteren haben gesagt dass so wir nicht tun wie sind sind wir sind so wenn ich tun nicht tun wir sind oder nicht sind wir aber wir beten für uns als Familie und das ist so wichtig dass wir unterscheiden sind und für Gesundheit und die Dinge alle schafften die Eltern der Hand sollen wir sollen in Gott leben 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 David sagt hier will sich verschilligt haben und Gott jahre mich stand vor dem krank sagt ein mit anderen wird aber das ist der Inhalt nichts tun wir an mich und 5 sagt ich sie bat eva mein kopp und sind David ist und sagt wo Fehler wir sind und das lebe war mir und die so gehen dass wir sind so viel mal zu feller hoff wir kommen so mal zu card gott sinne genut sinne lebe so graut he post n ab he will nicht direkt in du sollen und lecklich leben he will nicht direkt in du sollen in schwored leben leben bei sinne hand der dreck uns dass wir sollen er kann was von uns will saß der fahrseitet will es so schoss gehandelt hab sind meine Wunden stinkrig und kittrig geworden ec go kram und gebackt en go den dach übertrödig mi brennen mine gelenke du hast nisch gesündet me en mi ec sie verstaut und durchgedrückt min hoort ist so arruig dat ec stehnen maht her du weiz am alles wat ec haben mocht ec sie met min stehnen nicht geheim min hoort kloppt min hoort kloppt en min kram hat me verloten ec hab sogar mein übenlich verloren und nan nan eva nu de feft hin erfahrt und sagt ec sie sei geworden als ein mensch den nicht hören kann und du will ihn nicht antworten kann ec obel nur die ohaar die ohaar und got was antworten willst ec seht lute nicht lute sich nicht über mich freuen oder sich wort meinen von mich der feit klappen willst ec sie bat den fallen gekommen en me der tot emma irgendwo wei ec bekann meine sind ec sie bedürt wei meine sind aber meine fin leven en sind stark en die me ohne üsat nicht lieben können waren emma meia die die me beise treht tollen fann ec an gaudet da spaten über mi willst ec tot gaudet nu go und dann in 22 verse sagt völub mi nicht o har sie nicht wie do von mi o min god kam mi schwinde halben o har min heiland god eis ans gaud david beschriftet hier saia klo dat he eis ans gaud he wail nicht dat we salen verloren gaud he wail nicht dat irgend wot an soll aufholen von an sin leib te leib we würden me erfaschen haben wo wir uns kennen luten wo uns beschrieben dat verjevung eis ne gesunde heilung for uns 1. johannes 1. verschnäen sagt wann wir uns sind bekann denn er se trüe gerecht und verjeff uns te und reinigt uns von alle angerechte chäden wann wir trüe gerecht sind und dann verjefft er uns und mocht Gott günd alle nur uns sehnen uns die Kraft geben dat wir können erkan und bekann und sinnig genug leben weil wir durch den gelohven sind geracht geworden haben wir Frieden mit Gott aber wenn wir nicht sind geracht geworden durch den gelohven an Jesus Christus dann kann sein dann haben wir nicht Frieden mit Gott und mein Wünschen gebet wird sein für jeder einer dat wir in Frieden leben dass wir sind Gott sind genug und Gott frei gönnen looten und dass wir in der leben dass Menschen in Ramm an zu sein dass wir die Jesus dein down Gott ist ein mit Gott für das Tag